Ja, hallelülle Freunde, guten Abend und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zur vierten Folge vom Heavy Cargo. Wie gesagt, eine Vorabversion, die ich erhalten habe, wenn ihr also einige Fehler sehen solltet, die werden mitunter auch natürlich in den nächsten Zeiträumen behoben. Das Ganze wird am 9.10., es müsste Montag oder so, Dienstag, Montag sein, wird das Ganze released für den PC hier, aber auch für die Konsolen. Ich werde mal gucken, dass ich in den nächsten Tagen auch mal die Xbox-Fassung mit euch ein wenig durchgehe und heute werden wir uns eine neue Mission angucken, in der Hoffnung, dass es eine neue Mission ist. Wir haben, es gab 30 Stück an der Anzahl, in der Demo-Fassung habe ich ja schon drei bis vier gespielt und wir machen uns heute einen richtig schön gemütlichen, wir werden uns mal ein paar Schnellreisen angucken und wir hatten uns in der letzten Folge ja mal angeschaut, wie funktioniert das Ganze eigentlich mit unserem LKW, denn wir können Sachen hier freischalten, wenn wir eine Mission geschafft haben und unsere LKWs, beziehungsweise unseren LKW, unser MAN-LKW neu lackieren, neue Bauteile anbauen und ja, wie gesagt, wir machen uns heute einen richtig schön gemütlichen und zum Ende hin gibt es auch ein Fazit, was ich jetzt so nach ungefähr anderthalb, zwei Stunden Spielzeit von Heavy Cargo halte. Viel Spaß dabei! So, sehr schön! Okay, soviel dazu, Mission haben wir geschafft, wir haben uns auch mal generell so ein bisschen angeguckt und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, wo wir noch jetzt hin können, die nächste Mission würde ich mir ganz gerne mit euch jetzt mal gemeinsam nochmal anschauen. Ja, und dafür schauen wir einfach mal, wir können ja mal kurz mal ein bisschen rauszoomen, aber ich würde ganz gerne oben in der Ecke erstmal hier so ein bisschen verweilen und bleiben. Wir haben nämlich noch Überbreiten von Steinbruch und mit leerer Höhle. Wäre auch vielleicht eine interessante Sache, sind wir da vielleicht mal im Norden? Nehmen wir uns einfach die hier raus, wa? Gehen wir auf Folgen, dann würde ich an eurer Stelle einfach mal, wir können ja einfach mal eine Stellreise hier machen. Ach, das ist Sinn mit der Schnellreise? Ja, würde Sinn machen. Oder? Ja. Macht schon Sinn, bin ich der Meinung. Obwohl, ne, da können wir auch nur strax auf den selben Weg hinfahren. Ich muss hier mal kurz mal gucken, wo komme ich denn hier raus? Mal rückwärts. Genau, hier. Oh, haben wir hier vorne wieder was? Ah ne, das ist die Ecke, wo wir schon waren. Wo die Rohre hier nämlich gesehen hatten. So, warte mal. Ich bin mal gespannt, weil... Ich glaube, zumindest hatten wir auch eine Demofassung gehabt, weil ich kann mich daran nicht mehr entsinnen. Oder? Hey, auf den Hof waren wir auf alle Fälle schon mal gewesen. Bin ich mal gespannt, aber wir werden die trotzdem jetzt hier durchspielen. Ähm, und dann kommen wir mal zum ersten Fazit danach, würde ich mal sagen. Dass wir mal so ein bisschen überlegen, wie wir das Spiel einordnen können. Und ich würde ganz gerne, denn quasi nach dem Ganzen... Ach, Bötchen, das ist ja süß. Dieser Auftrag ist ein perfekter Einstieg ins Geschäft. Die Strecke hält kaum böse Überraschungen parat. Die Zuglänge ist überschaubar. Das Gewicht ebenfalls. Viel Spaß mit dieser entspannten Tour von Westloan nach industriell geprägten Osten. ins Malerische Lüt. Lusen, okay. Schöner Name irgendwie. Mit dem Bötchen. Das hatten wir auch gar nicht gehabt mit dem Bötchen. Ja, ist ein sehr kleiner, schnuckliger Auftrag. Süß. Ähm, nee, wir werden auf alle Fälle mal in der nächsten Folge uns mal angucken. Das ist übrigens unsere Fahne. Die passt da wahrscheinlich nicht so gut drauf. Die wird wahrscheinlich besser gewesen irgendwo. Äh, aber ansonsten süß gemacht. Ähm, wir werden uns auf alle Fälle nochmal dann... Das war es dann quasi erstmal gewesen. Das war so die Planung gewesen, das Ganze hier mit einer etwas längeren Live-Premier-Folge zu machen. Und, äh, Playstation und, ähm, äh, 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 um das Ganze nochmal einzeln aufzunehmen. So rum. Und dann würde ich ganz gerne in der nächsten separaten Folge wirklich ganz gerne mal mir die Xbox-Version angucken. Und mal gucken, ob ich da mal, Falk, da irgendwie so ein paar Rede-Anfrage-Antworten-Sachen machen kann. Wie es aussieht mit dem Lenkrad-Support. Warum es mit dem Lenkrad-Support nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ob das quasi behoben wird. Und wie das vielleicht auch generell aussieht mit späteren, weiteren Aufträgen. Also 30 sind erstmal sehr viel, muss man auch mal sagen. Ähm, ich denke mal, da wird sowieso ein bisschen Zeit vergehen, weil ich muss dir überlegen. Also ich bin jetzt schon seit ungefähr zwei Stunden jetzt hier unterwegs mit Tutorial und drei Missionen. Und jetzt erwarten uns einfach mal hier elf Kilometer. Aber wie gesagt, Lenkrad-Support wäre schön, wenn es schnell gefixt wird. Und wir können gerne mal gucken, wie sieht es eigentlich bei der Xbox-Fassung aus. Was wir nochmal kurz gucken können, ist natürlich dieses Tanz. Und das ist natürlich krass. Aber gut, äh, ein bisschen Fahrt müssen wir auch haben. Guck mal, wir können hier auch wirklich haben hier keine Strecke da entlang. War das schon erstaunlich. Deswegen fahren wir jetzt hier schön unsere elf Kilometer. Aber die Mission hat man glaube ich schon gehabt. Da sind wir schön in den Norden hineingefahren. Ja, meinst du, wir kriegen die Grünphase da ab? So. Schnell, Leute, schneller. Nein. Warum? So. Ja, haben wir damals noch geschafft. Die Ampelfase haben wir überwunden. Aber ich finde das so herrlich mit den Lichtverhältnissen. Ich finde das so schön. Wie gesagt, ich blicke halt immer ganz gerne darauf, was wir bei unserem Road gesehen haben, was wir jetzt hier bekommen haben. Und ja, es gibt immer bessere Grafiken. Ähm, aber wie gesagt, unser Road, wenn man es sich angeguckt hat, das war halt einfach jetzt heutzutage so ein bisschen vor seiner Zeit. Ist jemand vor mir? Ne. Gar nicht mitbekommen, dass er jetzt noch losgefahren ist. Und natürlich hinblickend darauf, ähm, es ist halt noch für die Xbox, äh, für die Playstation 4 und für die Xbox One gewesen. Das ist jetzt hier bei Heavy Cargo nicht der Fall. Da kommt es jetzt für die Xbox Series X und der PS5 heraus. Aber auch krass, also, die Playstation 5 gibt es auch jetzt schon seit über 5 Jahren. Ist heavy, oder? Seit über 5 Jahren, musst du dir mal vorstellen. Ist hier jemand vor uns? Ja, da ist er. Das sieht man kaum, wa? Das ist nicht so, was für einen toten Winkel die eigentlich teilweise haben. Nee, und deshalb, also, mir gefällt es richtig gut. Klar, hier müssen noch ein paar Verbesserungen gemacht werden. Ich habe immer wieder ab und zu ein paar Frame Drops hier drin. Ähm, das ist aber jetzt in der Vollversion natürlich noch vielleicht ein bisschen doller als zur Demo-Fassung. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nur die Vorversion A zum, ähm, zum, zum, ähm, Release. Kann sich noch einiges ändern. Und sowieso im Laufe der Zeit. Wer hat nur ratsam, wenn der Talks 2 auf alle Fälle so gut es geht und es auch ermöglichen lässt, natürlich da Updates nachzuschenken. Gerade wenn es darum geht für die Community. Und das kann ich euch wirklich echt nur empfehlen. auch an Falk vielleicht gerichtet und Talks 2. Wirklich, das ist mega easy. Das habt ihr aber bis jetzt auch eigentlich auch mal ganz gut gemacht. Da geht's, oh, hoppla. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja noch rot. Ähm, das, wenn Fragen entstehen, ja, da auch wirklich drauf reagieren. Wo ist das Motor ausgemacht? Ja, hoppala. Äh, wirklich darauf reagieren. Da, 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 mindert man schon mal die schlechte Laune der Leute. Äh, klar, man muss sich mit, eigentlich mit allen abgeben, überhaupt nicht. Aber wenn es darum geht, hey, man merkt natürlich auch, man kriegt nicht alles perfekt hin zum Release. Aber nichtsdestotrotz, wenn dann wirklich die Leute kommen und Fragen haben, einfach darauf eingehen, antworten. Und halt so ein paar Infos geben. Hey, wir arbeiten gerade aktuell darin. Aber man muss denen mal wirklich zugutehalten. Das haben die bisher auch bei, äh, On the Road irgendwann auch gemacht. Gerade nach dem, beziehungsweise vor und nach dem großen Mega-Update, äh, ja, haben sie immer ganz viel Informationen preisgegeben, was gerade kommt und wie und wann und wo. Und am Ende hat es sich ja in dem Sinne auch, äh, gelohnt. Also wie gesagt, da einfach nur ein bisschen transparent sein. Dann freuen sich die Leute halt auch. Weil wie gesagt, äh, fängt ja damit an. Die Leute hören mich vielleicht jetzt so euphorisch überreden, wie schön das Spiel ist. Wie gesagt, außer das absolut, für mich ist es halt leider schade, Lenkrad-Support wäre ja noch schön gewesen, dass bei mir voll und ganz funktioniert. Lenkrad funktioniert ja, wie gesagt, aber halt auch nicht ganz. Ähm, und dann sagen, ja, weil er das Spiel geschenkt bekommen hat. Nee, also ich versuch's trotzdem neutral alles zu betrachten. Mir macht's halt persönlich trotz all dem Spaß. Und, ähm, ich will halt bloß nicht, dass ihr aber halt dann auch falsch geleitet seid und denkt dann, ah ja, hier, äh, das ist ja so tolle Spiele, kauft ihr euch. Das ist ja gar nicht so ein tolles Spiel. Ihr müsst natürlich euer eigenes Bild machen. Aber ich denke mal, wer sowieso on the road mochte, wird das Ganze hier lieben. Das ist schon mal Fakt. Und ich find's halt auch sehr angenehm, halt einzelne Missionen hier zu machen. Und die sind halt einfach mitunter unterschiedlich. Ich weiß noch nicht ganz so, wie es mit dem Wettersystem hier so ein bisschen ausschaut. Ähm, jetzt haben wir endlich mal, wie gesagt, nicht mal wieder Sonnenschein. Das ist ja schon mal sehr schön. Das ändert sich aber auch mal je nachdem, mit welcher Mission und mit welchen LKW unterwegs seid. Da ändert sich, da gibt's halt quasi gefühlt separates Wetter. Ich find, wir haben jetzt mittlerweile ein bisschen sehr viel Regen jetzt gehabt. Kann aber auch normal sein. Jetzt kann auch sein, dass wir jetzt sehr viel Sonne haben. Müssen wir mal so ein bisschen gucken. Aber ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Ah, eine ordentliche Strecke vor uns. Aber wenn wir jetzt mal auf der Autobahn sind, dann läuft das schon. Wir fahren nämlich jetzt hier Richtung Autobahn. Ihr seht's nämlich. Das ist der Aufbringer zur Autobahn. Ampelfasen, ähm, normal. Solide. Guck mal, auch die Spiegel sind eigentlich ganz schön. Das wirkt für meine alte Möhre. Und ich glaub mal, durch ein paar Updates ist da noch ein bisschen mehr drin. Und es sieht trotzdem alles gut aus. Es läuft soweit flüssig für meine Verhältnisse. Aber wie gesagt, mein PC ist auch nicht mehr der aller, allerneueste. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns mal die Xbox-Variante angucken. Mal einen schönen Vergleich machen. Freut mich euch. Freut mich auch schon mal richtig doll darauf. So. Hoppala. Willst du mal ganz gerne die Handbremse mal, wenn ich jetzt länger stehen bleiben muss. Auch schöne, viele neue Fahrzeuge haben wir hier auch. Das gefällt mir auch. Wie gesagt, es sieht halt einfach wenigstens schöner aus. Auch die Flora und Fauna hier viel mehr Bäume. Hat also weitaus mehr Atmosphäre. So. Erstmal für uns heute auch mal auf die Autobahn. Oder generell jetzt mal. Hoppala. Das ist mein Verschulden. So. Oh, das ist ein LKW? Schaffen wir es doch herauszubesteuern? Ich blink mal. Äh. Ich muss jetzt aber rein. Ja, tut mir leid. Der wird wahrscheinlich dieselbe Fahrweise haben wie bei On the Road. Also ich fahre schon schlimm. Die NPC wird wahrscheinlich noch ein Ticken schlimmer fahren. So. Jetzt müssen wir hier einmal runter. Mein Kater ist gerade kurz über die Couch gelaufen. Hat dabei meine Maus berührt. Gerade kann man wohl gedacht, der ist was jetzt hier los. Krieg ja nur bei TSW. Ja, mein Conny. Oh, warte mal. Wir müssen hier. Hier entlang. Und dann einmal rechts runter. Ja, Autobahn, äh, der Meter war richtig, wa? Guck mal, nur noch 6 Kilometer. Oh, vorsichtig. Schön smoothen Punkt hier, Finn. Was? Warum soll ich mein Handy nehmen? War denn einfach nur so eine Randinformation gewesen, wa? Oder ich habe irgendwas verpasst? Das ist ein Konzept. Da stand irgendwas mit dem Handy. Ach, was soll ich mal probieren könnten? Äh, wo war das gewesen? Nee, das war der Blinker gewesen. Hier? Differenzial an. Ah, ich jetzt hier so raufdrücke. Nächste Radiosender. Ah, warte mal. Ah, guck mal hier. Scheibenwischer. Ah, zurücksetzen. Okay. Gut. Cool. Auch nicht schlicht. Ja, unerlaubte Geschwindigkeit. Ich muss aber jetzt noch ein bisschen Schwung hier nehmen. Weil ja auch hier Heinz gleich, der hier kommt. Obwohl, jetzt sind wir auf der ganz äußersten rechten. Ja, super. Oh, jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Man kann mich aber auch mal vorbeileiten. Da sind wirklich die Leute, wa? Kann ich auch nicht schneller machen. Also, guck mal, das sieht aber so schön aus. Oder spielwelttechnisch hat es wirklich was. Ja, die fahren jetzt ein bisschen doof. Also, ich glaube... Ah, 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 ah. Auf der Ablage passt es nicht so gut. So, 4,6 Kilometer haben wir noch. Wie gesagt, die Mission hatten wir schon mal gehabt. Wir fahren jetzt in den tiefsten Norden. Wo es aber auch echt schön noch ist. Direkt am Hafengebiet. Oh! Oh! Was geht hier auf die Eisen? Ist er bekloppt? Alter, feiter, ey. Das war aber haarscharf gewesen, mein Freund. Stellreiches Auto haben wir entdeckt. Ich weiß gar nicht. Das wäre mal interessant. Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich will jetzt hier auch nichts falsch machen. Nee, machen wir jetzt hier nichts. Wenn ich jetzt auch abbrechen gehe, breche ich vielleicht noch die Mission ab. Ja, ich weiß nicht. Ist nicht meins. 80 kmh auf der Autobahn? Okay. Also egal, 80 kmh auf der Autobahn dürften wir schneller fahren hier. Dürfen, glaube ich, mindestens 100 kmh hier fahren. So, dann wohnert ihr euch. Warum ich euch jetzt hier alle... Meine Herren aber auch. Was ist das für den Sonntagsfahrer? Gehen wir vor, jetzt aber links. Links ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen sicherer. Oder? Die bremsen mich zu doll ab. Sehr schön. Ja, genau. Überhole den mal schön. Genau, jetzt haben wir eine schöne Lücke. Jetzt passt auch alles. Das ist sehr, sehr gut. Freunde, ich würde mal sagen, wir haben jetzt noch 2,4 km vor uns. Mein Fazit bleibt beständig. Ich merke das Spiel halt an, dass es eine Vollversion ist. Viele neue Dinge, die da zugekommen sind. Auch einige Probleme hier und da, was die Performance anbelangt. Obwohl die Performance trotz all dem echt gut ist. Entschuldigung. Wenn sich das Fazit anhört, denkt man auch so was für ein Bekloppter. Obwohl die Performance trotz all dem gut ist. Woran mache ich das aus? Ich spiele sehr viele Spiele. Ich spiele auch sehr viele Spiele, die vielleicht eher so Indie-Bereich sind. Geführt 1, 2 GB groß sind. Ich spiele aber auch Spiele, die ab 20, 30 GB losgehen. Hier wie bei Heavy Cargo. Und trotzdem macht das hier einen sehr guten Eindruck von der Performance her. Weil mein PC ist halt einfach nicht mehr der schnellste. Und trotzdem läuft es hier recht gut. Ähm, wie gesagt, wir haben hier ein paar Macken mit Sachen Performance. Lenkrad würde ich gerne auch behoben haben. Also zumindest habe ich jetzt keine Möglichkeit, ja schön Conner, äh, keine Möglichkeit entdecken können. Wo ich jetzt sagen könnte, wie funktioniert das mit dem Lenkrad? Warum funktioniert das jetzt hier nicht? Ähm, es wird, also aktuell so gesehen, als wäre mein Lenkrad ein Stick. Und das ist glaube ich das Problem. Deswegen kann er nicht auf die Neustellung gehen. Komischerweise. Ähm, aber wie gesagt, ich würde ganz gerne das in der nächsten Folge ansprechen. Da gucken wir uns mal die Xbox-Variante an. Und ich werde mal Falk darauf ansprechen, ob die da eine Möglichkeit kennen. Weil ich hab's jetzt noch nicht hinbekommen. Tendenziell wäre es möglich. Interessant wäre es natürlich auch später zum einen auf der Konsole, wie es da funktioniert. Aber auch zum anderen, wie es natürlich bei den Logitech-Lenkrädern funktioniert. Vielleicht funktioniert es da einmal frei. Falk hat mir ja schon gesagt, es sind halt ausschließlich nicht nur die Logitech-Lenkräder, die funktionieren. Aber die funktionieren mitunter am besten. Und vielleicht kann es auch daran liegen, auch Trustmaster ist jetzt auch nicht die, sagen wir mal, bekannteste Merke. Gerade auch für Sachen Simracing. Da hat man eher Logitech gerade im Kopf. Und von daher, müsst ihr einfach mal gucken. Ansonsten, solides, gutes Spiel. Wir haben 30 Missionen, was am Anfang erst vielleicht ein bisschen wenig wirkte. Aber glaubt mir, wir haben jetzt gerade unsere dritte Mission. Ich hab insgesamt Videomaterial von knapp zwei Stunden jetzt hier aufgenommen. Wir werden jetzt natürlich versuchen, ein bisschen runterzukürzen für ein paar schöne Videos. Dass man anderthalb Stunden herausbekommt. Aber für drei Missionen plus Tutorial sind wir schon anderthalb bis zwei Stunden hier unterwegs. Und das ist dann schon jede Menge. Oh, scheiße. Meine Batterie ist ausgegangen, Controller. Oh nein. Nicht gut. Das ist jetzt doof gelaufen. Schade. Egal. Sind wir die ersten hier an der Ampel. Wo haben wir stehen geblieben? Ja, ansonsten. Ich bin voll und ganz zufrieden. Wie gesagt, mir hat persönlich auch schon On the Road auf der Konsole sehr gut gefallen. Und man muss auch allen eingestehen, da werden auch die Leute, wie gesagt, bei mir ist jetzt gerade die Performance aktuelle, hakt ein bisschen. Vielleicht sind es auch manche Stellen hier in der Karte. Ich hab ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, wo es sich ganz so gut läuft. Ähm, in Sachen... Hätte ich aber auch grün. Ähm, in Sachen PC-Variante. Würde ich auch ganz gerne vielleicht nochmal zusammenfassen, weil wir hatten ja das Thema On the Road gehabt. Dass dort immer ganz gerne gesagt worden ist, On the Road, Eurotrack-Simulator ist viel besser. Und bei mir war immer so das Thema gewesen, On the Road. Ja, On the Road ist halt einfach... Für mich ist es halt einfach so einer der besten LKW-Simulatoren halt auf der Konsole aktuell. Und davon haben wir nicht allzu viele, aber haben immerhin On the Road. Und da läuft es halt trotz all dem irgendwie, ja, ganz gut. Und gefällt mir auch ganz gut. Jetzt haben wir aber schon mit Heavy Cargo, muss man sagen, für den PC. Und Konkurrenten für andere LKW-Simulatoren. Das liegt nämlich daran, weil es eine ganz andere Kerbe einschlägt. Das könnte manchen gefallen, manchen vielleicht eher weniger. Wie wahrscheinlich gerade derjenige, der es nicht gefallen hat, dass ich gegen sein Auto gefahren bin. Aber das gehört einfach mal zum Teil des Lebens dazu. Damit muss man so ein bisschen klarkommen. Ähm, nee, das ist halt einfach wirklich... Wir haben Eurotrack-Simulator. Erstmal als kleines Beispiel. Da geht es halt um reine Karriere. Hier ja auch irgendwie. Aber hier haben wir einfach Missionen. Und das ist mal was erfrischend anderes, wie ich finde. Weil es mich da jetzt so ein bisschen dran hält, weiterzufahren. Weil ich mir an einer Mission zum Beispiel angucken möchte. Als kleines Beispiel. Bei Eurotrack-Simulator ist es halt endlos, wa? Bis zum Ende. Also da gibt es bestimmt Leute, die fahren seit den Release an. Die fahren jeden Tag zwei, drei Stunden. Und das seit über zehn Jahren. Sag mal jetzt mal so grob geschätzt, wie lange es das Eurotrack-Simulator gibt. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber seit über zehn Jahren jeden Tag ein Eurotrack-Simulator 2. Und hier habe ich einfach mal so das Gefühl für mich als Cashflow-Player. Als doch bis jetzt in die Jahre gekommener, der zwar die Videos hier macht für YouTube. Aber halt auch die Videos machen möchte und nicht konsequent ein Spiel durchspielen möchte. Finde ich es halt ein bisschen angenehmer, das Ganze jetzt hier so ein bisschen zu spielen. So, Freunde. Wir sind jetzt auch gleich auch jetzt hier angekommen. Verzeiht, weil ich ab und zu mal hier ein paar Cuts setzen musste. Aber es ging jetzt gerade von der Performance gar nicht. Wie gesagt, ich habe da manchmal das Gefühl, dass manche Ecken irgendwie da ein bisschen Probleme aktuell bereiten. Weil jetzt funktioniert es hier wieder. Wie dem auch sei. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Fazit. Grundsolides Spiel. Mir gefällt es sehr gut. Es ist halt mal was anderes als die Gängen-LKW-Simulatoren. Einfach nur Open World. Wo wir jetzt einfach wirklich Ware von A nach B bringen. Und das geführt so lang, wie ihr einfach wollt. Hier geht es wirklich einfach darum, die Missionen zu spielen. Die Missionen stehen für sich. Die Missionen haben verschiedenste Art und Weisen, wie sie aufgebaut sind. Und ja, das gibt es auch beim Eurotrack-Simulator. Aber hier habe ich, wie gesagt, einfach das Gefühl, ich als Casual-Spieler, jemand, der einfach nur Videos macht und ab und zu mal spielt. Und nicht ausgiebig die Spiele, die jetzt stundenlang spielt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt kriege ich hier ein Spiel mit 30 Missionen. Die will ich jetzt zum Beispiel schaffen. Und dann habe ich darin jetzt einfach mal 20, 25 Stunden verbracht. Und wenn es gut läuft, kriegen wir vielleicht später auch eine neue Mission. Aber das finde ich jetzt gerade aktuell angenehmer, als einen neuen, x-beliebigen LKW-Simulator anzufangen. Meine Firma aufzubauen. Zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren. Und am Ende des Tages denke ich mir immer so, was habe ich jetzt eigentlich die letzten 10 Jahre gemacht? Hier habe ich ein gewisses Ziel vor mir. Ich will alle Missionen schaffen. Da gab es einen Unfall. Okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ah. Soll ich jetzt so ein bisschen durchquetschen? Ja. Ja, so wird das gemacht. Denn da guckst du, wa? Oh. Oh. Scheiße. Sorry. Oh oh. Tut mir leid. Das war mein Fehler, wa? Äh. Hat keiner gesehen? So. Alter, auch nicht schlecht. Nee. Wir steigen mal ganz kurz hier aus. Dann gehen wir auch gleich mal in die Markierung. Aber vorher, wie gesagt. Also. Sind wir erstmal hier angekommen? Wie gesagt, findest du eine sehr schöne Gegend hier? So. Also einmal aussteigen. Also einmal aussteigen. Ja, Freunde. So viel dazu. Also wie gesagt, Fazit. Ist wirklich jeden selbst überlassen. Aber wie gesagt, wenn man sich das einfach mal anguckt. Und wenn ihr wollt, können wir auch gerne ein Vergleichsvideo einfach mal dazu machen, wie unsere Road aussieht. Auf dem PC. Aber auch auf der Xbox Series X und einfach hier Heavy Cargo. Da ist der Sprung einfach riesengroß. Find ich sehr schön. Ich hab leider noch keine aktuellen Preise so im Kopf. Bin ich mal gespannt. Ich denk mal, das Ganze wird wahrscheinlich bei 40 Euro anzusiedeln sein. Ich hab nicht mal mit Falk darüber gesprochen. 40 Euro ist sehr viel Geld. Würde ich persönlich wieder einmal wieder 4 zu 4 finden. Aber wie gesagt, da bin ich als Verbraucher sowieso immer sehr meckerisch. Aber ich bin eher gewillt. Und wie gesagt, wir hatten ja, ich hab's ja schon eingangs mal erwähnt, den Disput gehabt, On the Road damals, als es so viele Konsolen herauskamen, wo ich bitter enttäuscht worden bin, wie viele andere unter euch. Mittlerweile ist es ja schon wesentlich besser geworden. Und einiges besser geworden. dass der Preis damals einfach nicht gerechtfertigt ist. Hier ist er, wenn er bei 40 Euro liegen sollte, auch zu teuer. Aber auf was ich hinaus möchte ist, er wäre auf alle Fälle wesentlich, weitaus galaktischer Gerechtfertigter. Weil man merkt einfach, hier steckt wesentlich oder genauso viel Arbeit drin. Aber man hat so viele schöne Sachen mit reingenommen. So viele Dinge, die man als Erfahrungsbild hatte, hat man mit reingenommen und einfach nochmal wesentlich verbessert. Und guckt euch das mal an. Es ist jetzt nicht Nonplusultra-Grafik, die absolute Hammer-Grafik. Aber es ist halt wirklich trotzdem eine sehr schöne Grafik in meinen Augen. Und ich freue mich auf wesentlich mehr Folgen mit euch. Wie gesagt, im nächsten Video gucken wir uns mal die Xbox-Variante an. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich werde euch auf alle Fälle mal so ein paar Informationen geben. Vielleicht wird Falk sich hier auch in den Kommentaren melden. Ansonsten, wenn er mir schreiben sollte, dann werde ich euch dann hier des Weiteren gerne uns ein paar Informationen geben, wie es denn da ausschaut. Was wir noch von Heavy Cargo alles so zu erwarten haben. Freunde, das war's gewesen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssi Kowski.